Dominik, wieso engagierst du dich gerade für die EVP? Ja, lange Zeit war es so, dass ich das Gefühl hatte, es gibt eigentlich gar keine Partei, in der ich mich darin finden kann. Und dann war ich umso mehr überrascht, als ich dann gemerkt habe, wie gross die Passung bei der EVP ist, die ich lange Zeit nicht so auf dem Radar hatte. Ja, und fühle mich jetzt mit dem durchaus wohl. Welchen Wert vertritt die EVP, die dir am meisten zusprechen? Also, mit den Werten finde ich, ist es so, dass eigentlich alle miteinander das ergeben, was wirklich wichtig ist. Aber so neben der Nachhaltigkeit würde ich eigentlich Menschenwürde jetzt für mich am meisten herausheben, weil das ist wirklich etwas, das ich finde, das zeichnet EVP aus, dass sie das so hoch aufhalten, was darum geht eigentlich wirklich, dass jeder Mensch ein Recht darauf hat, in Würde zu leben. Und ja, das ist etwas, das ich enorm wichtig finde. Wenn du gewählt wirst werden, für welchen Anliegen würdest du dich prioritär einsetzen? Ja, also da würde ich sagen, wäre mir jetzt als wichtigstes der Zusammenhalt der ganzen Gesellschaft, das Anliegen. Und dort drinnen wiederum der Zusammenhalt der Generationen, weil dieser Zusammenhalt eigentlich das Rückgrat bildet, finde ich, von einer tragfähigen Gesellschaft. Hättest du konkrete Ideen, wie du diese Anliegen umsetzen möchtest? Ja, also da gäbe es sicher Sachen, wo man könnte angehen, in dem Sinne, dass einfach, dass die verschiedenen Generationen wieder mehr einfach auch zusammentreffen und sich miteinander begegnen können im Lebensraum. Also zum Beispiel das Konzept jetzt für einen Platz, den es zu gestalten gibt, warum nicht einfach dort für alle Generationen irgendetwas reinnehmen, damit die Begegnung auch stattfinden kann. Anstatt einfach nur irgendwie finden, ja, wir machen jetzt da einen Spielplatz oder wir machen jetzt da einfach den Park eines Altersheims. und ich bin so dass ich das noch nicht los CAN. Also wir haben uns noch im Theater gehalten, und hier auch noch ein paar Meter mit einem anderen Ort an agriculturalschätten. Und hinterher mir zum remplieren. Und alles, ich habe mich überprüfen. und mich überrascht. Ich habe mich überrascht und überrascht, ich habe mich überrascht. Ich habe einen schönen, Vielen Dank.